Heute bestimmt Lumex, 24 Stunden, alles auf der Gamescom, Freunde. Du steckst sie jetzt einfach ab und nimmst sie mit, okay? Er geht einfach... Wenn ich du wäre... ...mich einfach auf die Bühne stellen und ein Happelmann machen. Ja... USK 18 steht... Ey, Bro, ey, der ist abgesperrt, siehst du das nicht? Oh mein Gott! Hallo, das geht ja 6er, ehrlich. Hey, Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute einfach mal mit dem allerechten Lumex am Start. Was geht ab, Leute? Ey, Lukas, freu mich, dass ich am Start her darf. Ey, das erste Mal bist du auf meinem Kanal hier in Relife dabei. Auf jeden Fall Geisteskrank, wir haben schon richtig viele Insummelgeist ausgenommen. Ja, das stimmt. Ey, ich freu mich auf jeden Fall, aber worauf ich mich nicht freu, ist auf das Video heute, weil... Ey, ich hab's schon gehört. Willst du es sagen? Ja, du darfst heute 24 Stunden mein Leben auf der Gamescom bestimmen. Leute, ich hab's geschafft, wieder in die Gamescom reinzukommen. Bruder, es tut mir leid, aber ich werd dich aufs nehmen. Ich werd halt wirklich... Also, du weißt ja, Gamescom ist immer so Premiere einmal im Jahr. Ja, selbst. Ich werd dich heute richtig leiden lassen. Richtig. Oh mein Gott, was hab ich getan? Ja, ich weiß nicht, Leute, wie viele Likes ihr da lassen? Ich würd sagen mal 10.000 Likes, Leute, Minimum. 10.000? 10.000, mal voll machen und erste Aufgabe, let's go, ne? Ich würd sagen, let's go, okay. Okay. Okay, passt auf, Lukas. Also, du siehst ja, du bist jetzt quasi hier draußen erstmal so am Eingang, sag ich mal. Es gibt so einige Stände hier. Ja. Was hältst du davon, wenn wir erstmal so ein bisschen langsam anfangen, okay? Also, wir übertreiben nicht direkt. Ja, okay. Okay. Trinkst du ja einen Red Bull? Ja, ne? Ja, schon, ja. Ja, ist doch super, komm mit. Oh nein, Junge, was kommt jetzt? Du siehst, da vorne ist so eine Red Bull-Stalle, da gibt es so Süßigkeiten und so, ne? Ja. Schau mal, du siehst, da ist so ein Red Bull-Kasten für den. Ja, da kostet so eins, was steht da? Vier Euro. Vier Euro sieben, okay, pass auf. Ja. Du gehst jetzt bitte zu diesem Red Bull-Kasten hin, okay? Ja. Machst den auf, nimmst dir zwei Red Bull. Ja. Okay, nimm am besten eine Eins, weil du musst das Mikrofon noch halten, okay? Nimm einen Red Bull. Ja. Und dann sprintest du einfach hier weg. Oh mein Gott. Da ist er, okay? Nein, oder? Doch, mach, komm, das geht's. Ey, Bro, ich versuch's so, wie es geht mit meinem Knie auf jeden Fall. Ey, ich sag so, ich hab hier so Red Bull-Bändchen, ich nehm mir zwei einfach, mach ich so. Nimm zwei, okay, das geht. Okay, Leute, wir ziehen durch. So. Hi. Ey, ich hab's Red Bull-Bändchen, ich nehm grad die mit, ne? Ist okay? Ist das nicht? Ja, Junge. Ja, okay. Alles gut, ich bezahl die. Können wir mit dir ein Foto machen? Ja, können wir machen. Gänzt du das noch schön? Ja, gerne. Alibi, Leute. Okay, ich glaub, Lukas, der bezahlt das Reto jetzt erstmal schnell. Damit's nicht ganz so irgendwas kommt. Einfach 10 Euro, stimmt so? Ja. Gerne, Jungs, die sind für euch. Könnt ihr euch nehmen. Echt? Ja, das ist echt. Ehre, Mann. Ja, ja, hier für euch. Ja, einfach so auf Ehre. Oha, M&M's hier. Ja. Geil, warte mal. Oha, Bruder. Du willst es nehmen? Ja. Danke. Wenn ihr euch kuchen, das Kuchen rauchen. Okay, Lukas. Wenn ich du wäre, würde ich einfach mit dem Handy jetzt wegrennen. Haut rein, Jungs, ja? Alles gut, Mann. Danke. Gang versammelt sich, Leute. Die war richtig sauer eben. Hast du gesehen, ne? Ich hab das richtig gemerkt. Die hat gar keinen Bock mehr. Alter, Junge. Die war richtig unnormals sauer, Bro. Ich hab doch Red Bull-Bändchen. Was will die? Ja, ich hab dir gerade das nicht ganz so gefeiert. Nee, nee. Meinst du, wir können uns so den mal so kurz ausburgen? So ganz kurz. Pass auf, so. Also, wenn ich du wäre, würde ich einfach mal jetzt Ja dazu sagen, dass er dir was auf die Stirn malen darf damit, ja? Was? Nee, das mache ich nicht. Doch, darfst du. Ich mach's. Mach du? Egal was, du darfst ihm auf die Stirn malen. Denk dir irgendwas, musst du dir gesaust, ja? Okay? Okay. Das sieht man nicht. Warte? Das sieht man nicht. Okay, Lukas, rat mal. Was denkst du, was willst? Ja. Äh, ein Smile-Lieb. Okay, was ist es? Schieß los. Hast du gemalt? Das ist ein Herz. Ein Herz? Oh, korrekt. Das war süß, Alter. Korrekt. Korrekt. Danke dir. Achso, Lukas. Ja? Du hast noch 10 Euro hier. Ja. Wenn ich du wäre, würde ich einfach verschenken jetzt an irgendeinem Zuschauer. Okay. Jungs, ich schmeiß die 10 Euro hoch und wer die Bank verhält die. Okay, warte, ich knüll die ein bisschen so zusammen. Okay? Oh! Okay, Lukas. Ja? Ich hab mir jetzt so eine Haarspange besorgt. Ja? Ich hab mit seiner Freundin. Ja? Also, was denkst du, was hab ich damit vor? Meine Haare irgendwie zusammenklemmen. Okay, pass auf, wenn ich du wäre. Man muss das ja auch sehen, was auf deiner Stirn so draufsteht. Ja, natürlich. Hat der extra Zuschauer für dich gemalt? Ja. Ich will jetzt die Spange einfach nehmen, wenn ich du wäre und mir einfach mal die Haare so schön nach hinten machen damit, ja? Boah, ey, diese vorderen so? Ja, und du musst du die ganze Zeit so tragen fürs Video. Die ganze Zeit. Alter, Jogi, was treibt komplett. Warte, halt mal da kurz. Okay, ich halt kurz. Richtig schön rein. So? Ja, so ist gut, Lukas. So ist gut? Ja, man sieht's. Ja, da hängt ein paar Haare. Ja, dann mach die noch mit rein. Kannst du noch mit rein machen, irgendwie. Ey, es ist jetzt voll verschmiert, egal. Du hast einfach... Ja. Ich sehe aus wie so ein Dulli, Alter. Wir werden von 1 bis 10, die Aufgaben bis jetzt. Ja, waren schon nice, ja. Das war's, der Anfang. Oh, echt jetzt? Digger. Okay, Lukas, ich würde sagen, hier geht's in die Halle rein. Ich geb dir schon mal die nächste Aufgabe jetzt, okay? Okay. Und wenn ich du wäre, würde ich einfach mal zum nächsten Zuschauer, der kommt und mir ein Bild fragt, einfach mal so ein Mittelfinger ins Bild zeigen. Was? Ja. Ey, das ist... Nein, oder? Ey, das ist voll assi. Musst du machen. Ey, Bro, Alter, der Arme, Mann. Wenn du das dann siehst, ich muss das machen, es tut mir echt leid. Ja. Ab geht, Jungs. Servus. Ey, willst du ein Bild machen mit ihm? Ja, ey, du. Ja, was geht? Mach mal ein Bild mit ihm, komm. Okay, Leute, ist nicht lust. Digger, nein. Ich hasse dich, Alter. Hier, komm, wir machen auch noch ein Bild. Okay, komm, er macht auch direkt jetzt noch eins. Wir haben auch noch ein Bild, komm. Auf direkt. Auf direkt. Das war Max immer unter dem, neben der Arme, der war das traurig. Ja, ich glaube auch. Ich hoffe, das war's so langsam schon. Nochmal, bitte. Ja, alles gut, ist schon okay. Ihr merkst selber, oder? Ja, ist okay. Ich brauche irgendwo so einen Stand, wo es so Spielkonsolen gibt. So eine Xbox oder Switch, Playstation, irgendwie sowas. Ah, ich weiß, wo Nintendo ist. Okay, lass mal zu der Nintendo. Ja, okay. Okay, Lukas, ich mache eine kurze Planerinnerung. Wir müssen ein bisschen zu weit laufen. Ja. Guck mal, du siehst gerade, da ist so ein Dude, der hat so eine Pokémon-Mütze auf, okay? Oh, nein. Wenn ich du wäre, würde ich einfach jetzt zu ihm gehen, eben die Mütze einem vom Kopf reißen und einfach weglaufen, das wäre nichts. Hä? Ja? Ey, warte mal, Bro. Ey, Digga, der schlägt mich da oder so. Lukas, los geht's, ne? Ey, darf ich zumindest so sagen, so, yo, ich boge mir kurz deine Mütze aus? Ja, geh vorbei, sag, ich boge mir die kurz. Ja, okay. Junge, es wird so ehrenlos, als wenn es so ehrenlos ist. Ey, Digga, der wird richtig sauer sein, Mann. Ey, kann ich mir die Mütze kurz boogen? Ist richtig cool, nur zum Anprobieren mal. Kurz anprobieren, ist okay? Ist irre, lieber nicht. Ist deine? Geht nicht? Gibt's aber zum Kaufen. Ah, ich hätte dir nur so kurz geborgt, zum Aufziehen. Ja, aber wenn man das bei jedem macht, irgendwann ist es weg. Ja, stimmt. Also, das kann ich auch verstehen, oder? Ja, okay. Bro, der hat dich so komplett geschützt direkt. Lukas, das ist ein bisschen schade, weil... Ja. Deswegen muss es eine extra schwere Aufgabe geben. Alter, Junge. Boah, ich hab auch schon eine Idee, glaube ich. Okay, pass auf, wir gehen weiter. Okay, Lukas, wir sind jetzt hier am Nintendo-Stand. Ja. Du siehst, hier sind so Controller oder Kopfhörer oder was das ist, ne? Ja. Und ich würde sagen, Lukas, du steckst die jetzt einfach ab und nimmst die mit, okay? Hä? Einfach mitnimm. Ey, Bro, he's a nice security, man. Ja, ist doch super. Ja, komm, nimm mal. Ja, meine... Okay, Leute, Lukas klaut jetzt. He's a Controller. Du musst den unten abstecken. Er hat ihn abgesteckt. Tschüss, Lukas. Er geht einfach. Er geht einfach. Bro. Bro. Alter, Junge. Das ist komplett. Die war richtig, die war auch richtig sauer, Alter. Ja. Boah, hier ist ein bisschen laut gerade auch, ne? Ja, mega. Da schreit jemand irgendwie so. Ja. Auf einer Bühne oder so. Ja. Ja. Schreist du auch gerne? Geht so. Da ist einfach die Nintendo-Bühne, ne? Ja. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt hier so durchgehen und mich einfach auf die Bühne stellen und einen Happelmann machen. Oder zeig Peace einfach in die Zuschauer. Und es sind überall Leute, die so gucken. Ja. Stell dich einfach front auf die Bühne da und zeig so Peace einfach. Viel Spaß, ja? Okay. Gehen bitte. Ja, machen wir. Okay, danke. Wir sind jetzt schon so sauer, Bro. Oh mein Gott. Warte mal, lass mal hier jetzt links rein. Das wird zu ernst. Oh mein Gott. In die nächste, einmal kurz in die nächste Procreation. Wir sind schon wirklich in die Schule jetzt vorbereitet. Entschuldigung. Ja. Danke, schnell weg, Alter. Oder Alter. Dicker, das war Max. Aber ich sag ehrlich. Ey, lass schnell weg, rennen. Lass deinen Pass gerauen. Renn, Lukas, Bro. Die kommen, rennen, Bruder. Die kommen. Die kommen hin. Security kommt, Bro. Okay, lass schnell weg, Stefan. Lass schnell weg. Gehen, Bro. Ja? Die Security ist hinterher gekommen. Wirklich? Oh mein Gott, geh schnell. Lass sie durch. Komm durch, Junge. Oh. Bei Nintendo jetzt Hausverbot oder so, ne? Ich glaube auch. Alter. Meinst du, du hast noch so eine letzte Aufgabe? Oh. Auch für dich noch auf was richtig krasses? Oh, ich weiß nicht. Was denn? Okay, lass mal gucken, Russ. Ja. Ich seh hier grad, schau mal. Das ist irgendwie so ein schwarzer Raum, wo so... Ja. ...Uls K18 steht, Bro. Ey, Bro. Ey, der ist abgesperrt. Siehst du das nicht? Der ist auch abgesperrt. Ey, Bro. Das sind vielleicht irgendwelche so Manager oder irgendwelche Leute drin. Du willst jetzt nicht, dass du da reingehen, oder? Wenn ich du wär, würde ich das Band einfach aufmachen. Bro. Und da reingehen. Bro. Alter, ich hab... Zieh durch, komm. Ich zitter, Bro. Oh mein Gott, geh rein. Oh mein Gott. Der eine guckt schon. Er ist einfach reingekommen, Leute. Oh mein Gott. Bruder, 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 Bruder. Ich mach mich schnell wieder zu. Mach mich schnell zu, Bro. Okay, okay, okay. Was hast du gesehen, Bro? Was hast du gesehen? Bro. Bro. Lukas. Ey, Bro. Ey, Alter, weißt du, was da drin war? Also, die Hand da so... Übertrieben das krank brutale Spiel gespielt. Und das waren so... Ich glaub, das waren solche... Oh, das GTA 6, ehrlich. Ey, das kann sein. Da waren so geisteskrank viele. Und die waren auch so... Die sahen auch so ultra aus wie so krasses Streamer, weißt du. Okay, Lukas. Ja. Du hast ja grad mäßig so in diesem geheimen Raum, was ich immer da war. Irgendwie GTA 6 oder keine Ahnung, was für ein Spiel. Digga, da war einfach GTA 6, Bro. Ich sag dir ehrlich. Ja, GTA 6. Da gibt's so krasse Autos und so mit so Autos fahren und so. Autos fahren, das fühlt sich cool an. Ja. Ja, ich hab auch grad Autos, ne? Also, ich sag nur. Ey, Bro. Okay, in GTA kann man ja so Autos aufbrechen und so. Ey, guck dir mal dieses Rechte an, dieses Flex Kühlfahrzeuge, Bro. Bro. Ja, ich glaub so, auf so GTA-Basis, wenn ich du wäre, würd ich das Auto einfach so aufbrechen und einfach so einsteigen. Hä? Nein. Und losfahren, einfach weg hier. Bro. Ja, guck mal, die sind doch gesichert da unten, siehst du das nicht? Ja, wenn die gesichert sind, dann steig einfach mäßig so ein halt, ne? Und hupen halt, du musst hupen. Bro, hupen? Ich glaubst, das ist denn offen? Ja, wenn du musst du aufbrechen halt, ne? Bro. Let's go, komm. Soll ich mal auf der anderen Seite gucken? Probier mal das Rote. Ja. Bro. Ist zu. Schade. Okay, Luke, weißt du, die Autos waren zu? Ja. Wir sind in irgendeiner Halle und da ist jetzt noch so ein Gabelstapler. Ja. Ne, probierst du auch nochmal. Oh mein Gott. Wenn der auf ist, setz dich rein. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir schauen jetzt mal. Jetzt wird sicher Lust. Nee, ist zu. Auch zu? Ja. Ah. Guck mal, da ist noch einer, dem wir müssen auch haben. Ah, ja, da ist noch einer. Komm. Was haben die hier so draufgeschrieben? Schaut jetzt mal an. Ich hab hier übel viel draufgeschrieben. WTF. Der steht hier bestimmt schon seit so der Gamescom. Oh, komm. Alter, hier ist das Fenster offen, bro. Mach von innen auf. Oh mein Gott, bro. Er ist offen. Ich setz dich rein, Lukas. Bro, der ist offen. Ich muss von der anderen Seite. Einfach Kabelstafler klauen. Der ist einfach offen, bro. Sitz dich rein. Bro, Bro, Security. Security. Ah, darf man nicht? Ah, sorry. Ich dachte, man darf reinsitzen einmal. Ja, okay. Ja, okay. Oh mein Gott. Okay. Wurde ein richtig, richtig Ärger gemacht da hinten. Bro, Bro. Ey, Junge. Das war richtig Ärger, Junge. Ey, Bro, das war so unangenehm. Hast du gesehen? Der Eide hat schon so eine Zange von unten genommen. Hast du gesehen, Junge? Bruder, die war schon für alles bereit. Aber ey, du hast gut durchgezogen. Ja, danke, danke. Hast du das? Also, das war schon ein bisschen ehrenlos. Ich mach dir das Angebot. Was hältst du davon? Wenn die Leute es schaffen, auf dem Video 15.000 Likes da zu lassen, okay? 15.000. Ja, okay. Dann machen wir das Ganze umgedreht. Dann darfst du so einen Tag entscheiden, was ich hier machen muss. Oh, okay. Ey, das machen wir safe, Leute. Also, ihr habt es gehört. Lasst auf jeden Fall unbedingt ein Like da. Checkt auch Lumex ab. Lasst mir ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.